Konnichiwa Leute hier ist wieder euer JikaTobi und herzlich willkommen ja nun weiter mit uncraft.me 2 ja im letzten video oder ja da habe ich eben halt den ersten teil gezockt und jetzt kommen wir mal zum zweiten teil ja zu uncraft.me den ersten teil könnt ihr unten in der video beschreibung noch mal finden und ich dachte einfach mal das ist einfach mal ein lustiges mini projekt dass man einfach mal spielen kann auch wieder von studio steam shuriken und musik bei phantommeer und ja paar jahre später begann das der wahnsinn weiterhin auch hier wieder diese eiswand dann müssen wir sie wieder befreien und da sind wir wieder Alex yeah oh shit ja man der zweite teil auf jeden fall und ja findet ihr unten in der video beschreibung auch von green light und die seite von den machern unten als in der video beschreibung genauso wie bei teil 1 oh yeah was für ein cooles indie game und darauf wart ihr auch noch auf den auf die vollversion des spiels schreibt uns in die video beschreibung in die kommentare meine ich nicht in die kommentare falls 1 und 2 voll verfügbar sind und ja schreibt uns in die kommentare wie ihr das spiel fandet und so weiteres fangen wir auf jeden fall mal an mit teil 2 und sieht ja auch recht lustig aus ich bin mal gespannt ja wie ich schon erst den ersten teil gesagt habe hat es eben halt so den minecraft style und außerdem minecraft super meatboy und jump around power mit at bay musik also mit 8 bit ach ja immer diesen erinnerung an die früheren games die außerwart hatten oh ja es ist hier ein bisschen schwieriger in zwei teilen im ersten level geht das ein bisschen länger hier ah fuck oh nein ja ok zwei teile ist ein bisschen aufwendiger hier aber abgehen oh ja oh ja oh ja oh 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 jackpeg power jawoll jackpoint oh 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 ei 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 geht da richtig ab hier stickpoint oh oh propeller wow ok ok ei 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 hm Jesus Jawoll Geschafft Oh Yeah Sexy Girl Boobs Ja Boobs Power Vol. 2 So wie bei Den ersten Teil Und jetzt Lauren haben wir geschafft Und jetzt kommt Kyla Oh Yeah Sexy Piloten wohl Wie es aussieht Cool Was ist das für eine Welt Ey Ja, ich bin ja echt mal gespannt auf Oh, wow, wow, da drückt er uns runter Ähm, bin ich ja mal echt gespannt auf Teil Teil 1 mit Vollversion und Teil 2 mit Vollversion What da? Boah, was ist das hier, eine fiese Falle? Wow Checkpoint Oh, 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 nein, oh, fuck Alter, Hammard Okay Los, du schaffst, du schaffst, du schaffst, du schaffst, nein, nein Wie mies Boah, war ich super Meatball, war ja auch immer voll die krassen Krassen Hindernisse und alles Yeah Wow, 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 da Das ist mies Hau ab, blöde Rakete Wow, das war richtig Glück Oh, wie der das voll ablenken will Boobs Volume 2 What? What the fuck? Geil Noch diese What the fuck? Kriegt das unser, unser, äh Unser Cube-Tübi da oder mit JPEG? What the fuck? Ha, voll geil Mein Gott Mein Gott Ist mir so geil aufgefallen Oh yeah Und wieder geschafft, Leute Oh yeah Oh man ey, was für coole Girls So, jetzt kommt Lexi, Hexi, Bexi, Sexy, Lexi Alles weiter Oh, sieht auch cool aus Oh Oh nein What the hell? Ja Stell ich mir auch die Frage, alter, yeah Wow, was ist das? Unendlich Come on Come on, head him on What? Hä, das muss man da irgendwie durchkommen Wow, 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 wow Why? Ah, komm, das schaffen wir noch For a ration No, komm Damn it Das kannst du laut sagen, ey Oh Fuck So geil Die unragedness Oh my god What the fuck What the fuck Was geht nur ab Keine Ahnung Man Wuh Yeah Geschafft Nein Kommt noch nicht hoch genug So Mist Mist Damn you Alter Boah, geil Das ist voll Absicht Nein, das ist Absicht Mit den Boops, Mann Boops Power Diese scheiß Dinger Du schaffst es schon Glaub an dich Denn du wirst Es schon schaffen Glaub an dich Das ist doch das, was zählt Mann Alter, will er mich ärgern? Ja, er will mich ärgern Geschafft Yeah Wuhu Boah Teil 2 hat das echt in sich Ihr kriegt mich nicht Nein, ihr kriegt mich nicht Boah Hauen wir uns einfach durch Ey Alter Bullshit 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 Ja, die lassen uns gerne von dem Propeller Zerspladdern Macht auch Spaß Wir bestehen doch sowieso nur aus Pixel Pixel Power Ach ja Die alte Zeit von früher Bisschen gedrücke zu viel Shit Komm schon Komm schon Ey, der sieht so cool aus Ey Unser Cubeboy Alex Jetzt komm Schon wieder nicht Nein Komm da nicht aus Ich will aber da hoch Mann Hass Ja 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 Nein Verdammt Ah Ist das schwieriger Ja Ja Ah Ah Lol 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 Okay Ah Oh Mann Ah Jetzt. Das ist eine richtige nervige Stelle hier. Boah. Wie? Nein. BS. Alter. Oh. Guck mal, da oben wäre ja auch eine Falle gewesen. Aber wir haben es geschafft. Lexi befreit. Guck mich an, du Sau. Oh yeah. Das gefällt ein Utaku-Fan. Ein Utaku. Ja, die anderen würde ich auch gerne mal betrachten. Aber das ist ja noch gar nicht so weit. Aber ich bin echt mal gespannt, wann die Vollversionen für 1 und 2 mal draußen sind. Weil das sind ja noch so Demos. Dann würde ich auf jeden Fall auch mal weiterzocken. Wow. Fuck. So wie diese Laser-Dinger. So wie bei 1. Wo wir Atemis die letzte, also die 4. da gespielt haben. Wow. What the hell? Was sind das für Raketen? What the? Wow. Was sind das für Raketen? What? Alter. Alter. Nein. Alter. Das geht nicht klar. Was sind das für Raketen? Wow. Wow. Nein. Ah, du blöde Rakete. Die letzte. Ja, 2. Gib Gas. Hau rein, ey. Hau rein. Nein. Schon wieder. Gehen wir diese Raketen auf den Sack und wollen mich trollen. Ah. What the fuck. Die Dinger sind wirklich what the fuck. Nein. Kriegst du mich nicht. Oh, Alter. Was für ein geiler Arsch. Oh, yeah. Sexy ass, baby. Ja, Mann. So muss das sein. Checkpoint. Oh. Jetzt müssen wir da hoch. Alter. Das ist ja auch spaßig da oben. Oh. Fuck. Wow. Ja, ist auch gut. Gut. Nein. Und ich wundere. Die Simpsons wie ich da irgendwie anfahre, äh, auf der Playstation. Oh. Mann. Aber ich habe noch keine Zeit für Playstation 4. Ich will das noch hier schaffen. Nein. Ja, schön, dass hier der Akku gleich leer ist. Aber ich will das noch schaffen. Bitte, ich will das noch schaffen. Ja. Geil. Wow, 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 wow. Nein. Nein. Hm. Das ist doch scheiße. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Ah, Mann, so knapp. Wieso nur, wieso ist das so fies? Alter, auf den letzten Min- Ähm. Alter. Mann. Damn you. Ah, ja. Oh, what the? Hey, ist das fies. Mein Gott. Ja, da hast du recht. Mann. Mann. Ich kann die so schnell. Perfektes Timing zählt hier, ey. Boah, ist das schwer. Alter, Teil 2 ist, ja, auf jeden Fall noch schwieriger. Okay, die Boops sind aber geil, ey. In derersonal увеличiert ist, ja, auf jeden Fall noch Después. Wieso bestärst du mich mit diesem Scheiß? What the fuck? Nein! 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 Wieso? Okay, ich habe irgendwie einen Trick herausgefunden Ah, nein Das war nicht der Trick Das war so, dass ich da ein bisschen Nachschub aufsparen muss für da hochzukommen hinten Scheiße Boah, diese Timing Muss da irgendwie da drauf drauf kommen Warte mal So Okay Nein Naja, gucken wir mal What the fuck Okay Nein, wir hätten das schaffen können Scheiße hier Warte mal Ich gehe jetzt hier auf diesen Block Geschafft Ja Ja, Leute Ich hoffe es hat euch genauso gefallen wie mir Ja, hat auf jeden Fall noch ein bisschen gedauert Aber geschafft wenigstens Und ja Mal gucken, wann die Vollversion für 1 und 2 rauskommt Würde auf jeden Fall mal das nochmal weiterspielen Und ja Auf jeden Fall Danke Und ja Lasst einen Daumen nach oben dann Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir War echt wunderbar Und ja Unten in der Videobeschreibung findet ihr Link Ja, zu Steven Greenlight Und ja Auf der Homepage von den Machern War auf jeden Fall richtig cool Und ja Haut rein Leute Euer GigaTobi Peace and out 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 Bis zum nächsten Mal.